In der Kategorie visuelle Effekte ehren wir Künstlerinnen und Visionäre, die uns helfen Welten zu erschaffen und sichtbar zu machen, die wir uns kaum vorstellen können. Und die Lola für die besten visuellen Effekte geht an Karim Saleh und Adrian Meyer für den Film Die Theorie von Aleph. Vielen, vielen Dank, wir sind sehr geehrt, zum Glück wisst ihr jetzt alle, was Visual Effekte sind, das wurde ja gerade wunderbar erklärt, sowas in der Art haben wir gemacht. Ja, das ist mein erster deutscher Filmpreis, ich bin super happy und kann mich, glaube ich, sehr glücklich schätzen, gleich eine Lola zu gewinnen. Vielen, vielen Dank an Tim Kröger, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten tatsächlich. Und nochmal vielen, vielen Dank an Johannes Kammerer, er hat mich sehr spontan, sehr intensiv supportet bei dem Projekt und danke dir Karim als wunderbarer Partner in dem Projekt. Ja, danke dir auch Adrian und auch den anderen, die im Team waren. Es war eigentlich ein ziemlich kleines Team, deshalb ist es der Wahnsinn, dass wir gerade diesen Preis gewinnen. Also Matthias Halibrand hat ganz viel beigetragen, Felix Knoche und Vincent Langer vor allem. Und Tim, vielen, vielen Dank für auch deine Unterstützung, weil ich habe kurz überlegt, ob ich sage, aber mich begleitet jetzt seit zwei Jahren Long Covid und ohne Tims Unterstützung hätte ich, glaube ich, das Ganze auch nicht durchgekriegt und fertig bekommen. Von daher, vielen Dank.